Hallo und herzlich Willkommen zum Kalisto-Protokoll. Oh, da wollen wir mal schauen. Oh. Toll, ich sehe nichts mehr. Ach, wir haben ihn schon. Ja, so nicht, ne? Distillation. Flintenmunition. Credits. Okay. Das sieht aus wie ein Bonusgang. Oh, das sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Bonusgang. Das sieht aus wie ein Bonusgang. Oh. 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 ja jetzt möchte ich aber noch mal wissen was der andere raum da ist obwohl ich bin sowieso volle lotte so weit haben wir denn hier können wir ticken gar nix man könnten schon aber ich weiß nicht ob das klug ist magazine größe 400 ich glaube das macht das macht durchaus sinn qualitätsprüfung bestätigt dann haben wir nämlich wieder mehr platz im inventar janin kommt reicht ach so der hatte ich schon ja dann lad nach ja auch nicht viel mehr platz egal vier schuss sind besser als ich kann sie nur leider nicht erreichen der stück ist eingestürzt der wartungsraum auf der anderen seite hat zugang zur unteren ebene vielleicht kommst du von dort auf den stieg gut beeil dich der sturm wird schlimmer erreichen die technik luke ja ich habe wieder mal nicht zugehört reiche die technik luke hier nicht ne das muss ich wieder raus habitatsgruppe das ist das nirgendwo nachgucken kann erreiche die technik luke aber klar war klar, dass wir hier fiese Roboter haben. Beziehungsweise... Ja, hau besser ab. Kleiner Muck. Leck mich! Komm, beeil dich. Beeil dich! Beeil dich, bitte! Bitte, beeil dich! Kommst du? Kommst du? Mieser Wüchser. Sollen wir mal einen drücken? Komm, wir drücken mal. Nein, 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 nein! Ja, war klar. In den Rücken. In den Rücken. Er hüpft in eine Büsche rein. Hier ist kein... Kann drüber kommen oder wird? Hier ist kein rüber kommen. Junge. Lasset bleiben. Oho, hier grunzt schon wieder was. Hm. Gut, der geht nicht. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Ich höre dich. Was ist mit ihm denn hier? Sauerstoffverarbeitung. Tja. Wer quatscht denn hier? Ich muss doch nicht da lang, oder? Da war doch nichts mehr, oder? Naja. Aber hier ist eine Tür. Die geht aber gar nicht. Die geht aber gar nicht. Hier kreischt mich was an. Hier kreischt mich was an. Hier kreischt mich was an. Tür zu und... Tür zu und... Matsche. Hier. Überall. Glas. Was? Ja. Jetzt bin ich hier gefangen. Und jetzt? Sicherung erforderlich. Hat gerade eine weggeschmissen. Ah. Okay. Bisschen Gesundheit. Okay. 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 was war das habe ich denn jetzt hier auch alles habe ich nicht gut 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 wie sieht meine munition aus alles klar die könntest du mal was macht hier so geräusche ich habe keine ahnung wo ich wo ich hin muss dass du hier keine questmarker christen das ist es prangere ich an ich kann doch nicht von mir erwarten dass ich immer zuhöre was ihr dafür verzeugsquatschen so 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 wo ist hier gekauft 1200 2700 1800 Ich glaube da spare ich jetzt drauf Auf die 1800er Upgrade Dann gehe ich nochmal hier lang Botanik Allerdings Würde mich überraschen Wenn es hier noch was Gebe Wow 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 Schäbige Ding Na Ja dann muss ich wohl raus Boah die ganze Kulisse macht mich fertig Hier ist auch nichts mehr zu machen So Habe ich Hier irgendwas zu tun Ich darf hochklettern oder wie Fiesen Monster Sind auch alle platt Nimm ich mal an Damit kann man nichts machen Hier kann man auch nichts machen Bahnstation Ja Bahnstation Schön Technikraum Der Technikraum ist Achso einfach hier in der Mitte durch Ah Alles klar So So Wieder Wieder Gekreische Geil Alles ganz normal Da ist die Wohl angesprochene Luke Okay Hinweis In dieser Maschine werden keine Produkte von Titan mehr ausgegeben Geil Tentakel Mann, lasst es bleiben. Ernsthaft? Ich bin meine Munizierung losgeworden. Interessant. Gut. Vier Schüsse und... ...noch mal vier Schüsse habe ich. Das... ...der Kopf hat mich gestört. Wunderbärchen. Wunderbärchen, was ist das? OFC Kyla Serra. OFC... ...Kyle Serra. Du musst los. Sie evakuieren alle 10 Militzen auf der Kuppe. Aufgehende Bahn zum Hangar. Fährt noch Knoter. Hör zu. Ich nehme die nächste Bahn. Ich bin direkt hinter dir. Du musst nur noch... ...berühmte letzte Worte. Das war alles. Nur um... ...meine Munition hier loszuwerden... ...bin ich hier reingegangen. ...eine Munition hier loszuwerden... ...sist doch irgendwie... ...er... ...verbot in der Kuppe. ...verbot in der Kuppe. ...Ice-Krein. ...Pizza. ...Ice-Krein. 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 Vielen Dank. Scheiß Stresspegel. Suche nach einem gefallenen Brücken, schlag mich tot. Scheiß Stresspegel. Scheiß Stresspegel. Oh! Auf den letzten Drücker, du! Toll. Aber von den Zerschredderten kriege ich keinen Loot. Das ist... das sprang euch an. Hey, hier drüben! Aha. Iss ich nix. Jacob, hey! Hier drüben! Komm rauf! Ist nicht so übel! Dachte. Da soll ich hochklettern? Willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument. Kinderspiel! Schau nur nicht runter! Das sagt er so. Worauf wachst du? Ganz ehrlich? Das kratzt scheiße aus. Ich seh scheiße aus? Ich riech auch so! Hat jemand nicht erwähnt, dass ich baden muss? Ich hab gesagt, dass es nicht leicht wird. Aber du hast es ja geschafft. Naja, wir beide. Noch nicht. Aber es wird. Komm! Reich mir die Hand! Schön! Schön! Komm! Komm! Da! Wir befinden dich auf die Hand! Rein hier! Puh! Scheiße, Mann! Die Biester verändern sich! Mutieren! Ja, ich denke wir sollten von hier verschwinden! Hey, warum der Anzug? Die Stationen haben bei der Räumung Schaden. Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen. Da, zieh den Anzug an. Der Sturm kommt immer näher. Wenn du so weit bist, starte ich die Schleuse. Ich hab dich nie gefragt. Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, einem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Schon. Nun, was tust du? Und jetzt? Pass auf. Es ist lange her, okay. War Selbstverteidigung. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich hab damals viele Fehler gemacht. Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech. Nein. Nein, nein. Ich hab anderen die Schuld gegeben, bis ich merkte, dass sie bei mir lag. Keiner ankommt seiner Schuld. Ey. Bezahlung. Halt nicht! Verloren. Lebt der jetzt noch oder ist der mutiert? Also scheiß auf Schweizer Taschenmesser, sonst Schraubenschlüssel braucht man. Aber das sieht doch mal richtig cool aus. Wir können auf dem Mond von Kalisto, äh, auf dem Mond von Jupiter Kalisto rumeiern. Weißt du das? Nix. Verdammter Ferris, wie zum Teufel konnte er das überleben? Tja. Elias, wo bist du? Ich muss ihn finden. Uh, guck mal, wir haben mehr Inventarplätze. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wie hab ich das jetzt gemacht? Also, mit, mit rechts. Also, grafisch top, ne? Aber, äh, gerade hab ich gedacht, kurz wär der Sound abgekackt. Dabei war nur wieder keine Lippensynchronizität da. Dieser scheiß Sturm. Ist das ein guter oder sollte ich mich bei dem anschleichen? Komm mal, komm mal, komm mal. Er läuft hier einfach raus und so rum. Also, ich würd, würd jetzt mal behaupten, der wär Stive gefroren. Der Kater, der Anzüge hat mich stummt. Hilf mir. Elias! Wenn du mich hören kannst, aktiviere dein Lohnsignal! Halt durch, mein Freund, ich komme! Nice. Richtig nice. Nice. Das Signal! Elias! Lohnsignal! Untertitelung des ZDF, 2020 Elias! Elias! Hey, hey, wir müssen weggehen, wir müssen weiter, komm schon! Wir brauchen Deckung! Komm! Nein, Mann! Ja, schaffst du! Es ist nicht heute, gar nicht heute, komm! Nein, nein! Hey, wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen, komm schon! Nein, Mann! Ich bin erledigt! Danke. Danke. Bei dir... ... konnte ich fliehen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. ... 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 Oberfläche Erkundung. Ach komm. Ziemlich alt. Haha. So sind wir beide auf der sicheren Seite. Ich habe keinen Bock hier hinterrücks attackiert zu werden. Ich glaube fast, ich hätte da oben echt die extra Touren gehen sollen. Wir haben mehr Inventar und da ist ein Survival. So, seht ihr mal, da, ja, zack. Miranda, Kritschow, wer ist das? Der Anruf ist gerade gekommen. Die UJC bläst das Terraforming von Callisto ab. Warum jetzt, nachdem Milliarden ausgegeben wurden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ja fast so, als wollten sie die Menschen von hier fernhalten. Das erklärt, warum der Mond Atmosphäre hat. Der hat wohl eine, aber die ist wohl recht dünn. Jedenfalls nicht so dicht, dass es solche Stürme hier geben könnte. Ein Energieumwandler. Sonst noch was hier? Nö. Gut. Hier so einfach hinter der Tür stehen und Leute erschrecken es. Nicht in Ordnung. UJC Druck für alles, was Sie benötigen. Mhm. Schwarmgeschosse. Schwarmgeschosse. Ne, wir sparen Ich möchte den Revolver voll auf Munitionieren, deswegen 1.8 will ich haben Ich möchte den Revolver voll auf War klar, war klar Mieser Bastard, du Rück raus Junge, Junge, Junge Junge Alter, er mutiert richtig Er mutiert richtig, geht der ab Meine Herren Tja Und da wisst ihr Bescheid Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Ja und in der nächsten Folge Versuchen wir dann mal Die Eiszapfen umzulegen Die sind aber jetzt schon deutlich härter Deutlich Na gut Ich wünsche euch was Bye 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 bye